Als die Rettungskräfte eintreffen, gleicht der Schiffbekerweg im Osten Hamburgs einem Trümmerfeld. Drei völlig zerstörte Autos, ein umgestürzter Baum und acht Verletzte. Wir sind alle hingerannt, so viel wie möglich zu helfen. Unter den Opfern zwei Zwillingsbrüder, erst zwei Jahre alt. Die Beteiligung von Kindern, besonders wenn sie schwer verletzt sind, ist für die Einsatzkräfte hier sehr belastend. Es wird danach eine Nachsorge geben, auch für die Einsatzkräfte. Es wurde hier parallel eine Notfallseelsorge auch für die Angehörigen alarmiert, die sich dann im weiteren Verlauf aber auch noch um die Einsatzkräfte kümmern wird. Einer der Zwillingsbrüder ist so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus stirbt. Die Zerstörung vor Ort lässt nur vermuten, wie stark die Wucht der Kollision gewesen sein muss. Offenbar wollte die 40-jährige Mutter gestern Abend mit ihrem Familienkombi auf die vierspurige Straße auffahren. Als erst ein hochmotorisierter Mercedes und dann ein Tesla in den Wagen krachten. Die Polizei geht nun der Frage nach, war es ein illegales Autorennen? Laut Anwohnern ist es eine beliebte Strecke für Raser. Mich stört tatsächlich, dass ich ein kleines Baby habe, wenn die hochmotorisierten Fahrzeuge schon über 100 km unterwegs sind und dann mal den Auspuff richtig knallen lassen. Da kann man echt als Anwohner hier entsetzt über sowas. Erst vor knapp zwei Wochen war wenige hundert Meter weiter auch ein Tesla mit hoher Geschwindigkeit in einen Opel gekracht und hatte die drei Insassen teils schwer verletzt. und dann bei einem kleinen Einfluss verletzt werden. Dass es nicht möglich ist, Es ist nicht möglich, wenn er damit ein andererseits auf der Vierge vor dem Anwohnern ist, Vielen Dank.